und halli hallole meine lieben freunde und willkommen zurück zu wulff mini let's play nummero 3 ja wir sind ja da stehen geblieben wo wir ja hier die axt bekommen haben ich glaube ich muss jetzt kämpfen oder so und diese logik okay wir müssen kämpfen scheint okay das verliebt wohl nicht so gut machen wir es nochmal die ersten beiden werden damit erledigt kommt und niedergemetzelt wunderbar mit dir lasse ich mich jetzt nicht auf den kampf ein und runter geht es zu dem ort wo wir natürlich alle gerne mal hin wollen in die kanalisation da merkt man auch gar nicht dass man seit gut drei wochen nicht geduscht hat ist doch klasse deo wird ab sofort niemand mehr brauchen mary sat beside me in the third grade her hair was fair her skin so light her mind not so much she copied michael i don't much one day mary's mother sat in the principal's office crying we can still be like and another girl missing and another mystery between those people the receiver me do i do as did mind the following the following days her father and granmie her進ere is no longer my stas for you recently stay well this is a part of town i've never been like before wouldn't recommend it to visiters that's for sure Die Rats und Bats und zu dem Musikal-Kidnapper-Skum. Ich kann's nicht warten. Ich kann's nicht warten. Ja, sowas hält uns auch mit Garantie auf. Ich gehe mal davon aus, dass die Dame nicht zur Tetanus-Impfung und gerne geht. Oder überhaupt. Jetzt hätten wir ja wohl soweit den Part fast abgeschlossen. Jetzt darf ich nur nicht wieder so blöd sein und einfach in diesen so gefährlichen Qual reinlaufen. Aber das kriegen wir schon irgendwie hinten. Klingt nicht, dass das so gut wäre, wenn ich... Jetzt darf ich irgendwie runterfallen. Du sagst es, Schwester. Okay, und weiter geht's. Hm. Da schien wohl die Technik zu klemmen. Ah, hier. Ah doch. Kann man... Kann man sogar drehen? Wow, das kommt... Was ist auf der Gamescom nicht? Hm. Guck mal, ob ich die Tür wieder klein kloppen kann. Nö. Okay, dann wieder zurück. Okay. Okay. Komm schon, halt ich ran. Und geschafft. Nice. Okay. Ah, es mich doch noch erwischt. Okay, geht aber noch weiter. Haha, jetzt habe ich geschafft hier. Jump, jump. Jupp. Die muss. Jetzt seht gerade, falls sich einer von euch daran noch... Ja, und schwimmen kann die Alte natürlich auch nicht. Hatte sich im vorigen Let's Play noch darüber beschwert, dass... Ach, brauche ich ja gar nicht. Äh, dass sie ihre Oberarme dann ja so wehtun würde. Und was ist? Wir müssen klettern, klettern, klettern. Jo, guck mal hier, schön die Schattenanimationen in der Wand. Jetzt nicht mehr, okay. Egal. Weiter geht's. Böche, Ratten. Häcksel, häcksel, schlitzsch, schlitzsch, schlitzsch. Hm, können wir garantiert lecker Happy Happy von machen. Hier, guck mal, geil. Schönes Filet. Ich muss mal oben über unten lang. Ach so, oben geht's nicht weiter, okay. Hm. Sieht aus wie das große Tor bei Super Mario. Was ist denn das für einer? Ist das rund wichtigchen? Okay, anscheinend kommen wir nicht irgendwie um den Kampf herum. Gut, dann wollen wir rum durch die Zip. Du, even uglier in der Flasche. Was ist dein Plan? Hattest du mich mit diesem dreadvollen Flut? Das nur was, das verholt sind meine Feier. War es du, die deine Mutter hat? Und was über meinen Vater, Joseph Hood? Sprich, oder bleib immer mutter. Ja, ganz toll. Das habe ich gelesen. Das ist so cool. Ah, okay, gegen das riesen Ding können wir wohl nicht kämpfen. Ja, so springen wir jetzt mal. Versuchen es erneut. Ja, weiß. Ja, weiß. Hm, die vierte ist ja so der Deo von dem alten. Hm, okay. Jetzt kommt wieder der Riechenrattenfänger von Roggen. Die Mutter muss stolz sein. Ich werde dich holen, einfach du warte! Also, das ist wo er schützt. Nicht nur seine Kruppe selbst, aber auch diese pooren Mädchen. Ich kann sie schmerzen ihre Angst. Der Schmerz ist schützend in der Nacht. Die Kühe, die Wälder, die Tränen. Die Mutter ist nicht bewusst von ihrem Leben. Ah, das soll der Fänger von Roggen sein. Okay, dann holen wir mal die Kinder hier raus. Dieser kleine Pädophile, ey. Na ganz toll. Aha, Ebbe und Flut, Ebbe und Flut. Oh, schwimmen können wir ja nicht. Ich sollte echt mal langsam, äh, Seepferdchen oder sowas machen. Oh, Künstler. Ich brauche das hier weiter. Hä? Was ist hier los? Oh, ein Hard-Oberflug. Ah, okay. Hab's gecheckt. Läuft doch. Und rein da. Hui. Die Wolf Industries Headquarters. Where the factory staff have their office. Where my father used to slave away. It's in this awful building that his lifeless body was found. A bookcase covering his chest. The collected works of Da Vinci accompanied him in eternal rest. Early that Thursday morning, Hawker set up stalls and goods. When word of his death reached the market and a friend of father was son to bring the bad news to the bullets. Okay. Wir haben also den Fänger von Roggen vertrieben und seine riesige Ratte zu ein Stück Steak verarbeitet. Ich würde mal sagen, das reicht dann auch fürs Erste. Lass mal Rotkäppchen noch ein bisschen tanzen und damit verabschiede ich mich. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video doch ein Like. Ansonsten, wenn ihr generell Spaß an meinen Let's Plays habt, dann oben müssen. Gefällt mir. Oder auch bekannt als Abonnier-Button. Ihr könnt auch draufklicken. Ansonsten würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.